Warte mal, hier sind wir soweit fertig gebaut, jetzt müssten wir halt gucken, dass wir hier rumkommen, ist da auch schon ein Stein, da ist auch schon ein Stein, also das ist hier eigentlich schon richtig, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier noch die Wasserräder da hinkriegen, die komischerweise noch nicht gebaut sind. Na ja, sind wir aber auf einem guten Weg, gucken wir mal wieder in den Keller runter, da waren wir ja letztes Mal auch, da hatten wir ja neue Höhlenforschung betrieben, die da, wo sind wir jetzt, hier sind wir, hier entdeckt worden sind, schon was weiter gemacht, ja ich glaube, das ist hier dann auch schon erledigt, obwohl da wäre ja vielleicht noch was drin, oder? Ja, gute Frage, nächste Frage, ne? Machen wir hier, machen wir hier. Hier ist noch angemarkert, da ist bestimmt auch noch was zu finden. Ja, hier. Gehen wir dann auch noch die rein. Ach, ne, da sind zwei Helden, okay, ich wollte gerade sagen, da ist was, aber das sind zwei Helden, die da geschmust haben. Okay, hier geht's natürlich auch noch weiter. Und hier oben können wir das auch nochmal machen. Ja, aber wir hoffen, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, ne? Unser Bergarbeiter ist natürlich krass unterwegs, ne? Da ist, da wird auch geguckt, machen wir hier ein bisschen mehr. Ach, da soll er auch noch machen. Dann mach doch da auch nochmal. Hier ist ein Geist, den könntest du doch mal kaputt machen, oder? Geh doch mal da lang. Ach, mach doch nicht. Ja. Obwohl da nichts drin sein wird, oder? Aber man weiß nie, ne? Wir können ja mal gucken. Hier ganz viele Ecken, die wir jetzt ausarbeiten. Okay, ein Schlag und der war tot, okay. Wäre jetzt nicht mit gerechnet. Ja, machen wir da auch noch was weg. Ja, hier brauchen wir eigentlich nicht gucken, aber wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das auch noch gerade. Da noch zwei Stellen weg, da sind wir schon dran. Hier sind wir auch dran, obwohl hier können wir vielleicht noch was wegmachen. Unser Bergmann ist bestimmt am Schlafen. Ja, komm, zack, machen wir die ganze Ecke weg. Irgendwo ist er am Arbeiten, ich weiß aber nicht gerade wo. Hier ist noch ein Gegner. Lass die hoch, oder? Ja, wo arbeitet er wieder? Ich weiß aber nicht wo. Ja, gute Frage, wo er ist. Wo ist unser Kamerad am Abbrauen? Keine Ahnung wo. Der ist ordentlich am Arbeiten, aber wo? Hier war er wahrscheinlich, ja? Ja. War das, ne, ne? Ist ja ein Goldhelm, oder? Oh, der ist immer noch der Händler da. Puh, 29 und 41, wow. War halt 41. So viel. Krass. Ja, wie sieht's mit Happiness aus? 68 von 80, das dauert noch eine Weile. Er holt jetzt hier noch irgendwie ein Gerippe, oder was? Kann aber auch nicht mehr lange dauern, bis der... Ah, hier liegt was. Ja, da bin ich gespannt, ob er irgendwo wieder gekloppt wird. Ist die Frage, wo? Ich sehe ihn einfach nicht. Hier ist ein Held. Keine Ahnung, wo der aushöhlt. Hier könnte sein, ne? Ne, keine Ahnung wo. Hier oben ist noch was zu entdecken. Könnte man noch reingucken, ne? Vielleicht ist da was. Der ist ja nicht je gestorben, ne? Hier gibt's... Human remains. Hier auch noch welche. Da auch noch. Läuft er noch? Oder steht er schon? Ja, Spiel in Pause. Kann er sein? Ne, läuft noch. Geht wieder zurück, weil er Hunger hat oder schlafen will? Okay. Warten wir mal hier beim Eingang, oder wie? Das war ja ein Goldhelm, der das macht da unten, ne? Oh, hier ist schon ausgehoben worden. Das heißt, wir können da gerade die drei Räder reinsetzen. Werkzeug, 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 Werkzeug war da. Wasserräder sind da. Ich tue mal Mut. Und das war sofort da unten. Gut, dann geht's da weiter. Oh, da war, glaube ich, der Goldhelm, der gerade runtergegangen ist, oder? Da war er doch gerade, da ist er. Ich glaube, der ist der Gräber. Auch das mal zu brauchen wir nicht mehr. Jetzt ist die Frage, ob der zu diesem komischen Monster da hinten hinläuft. Sieht so aus, als ob er gerade zielstrebig da drauf zulaufen würde. Naja, geht, glaube ich, hier hin, oder? Naja, noch nicht da hinten. Auch noch nicht mal da, sondern da. Okay. Jetzt geht er da vorbei. Mit Pfeil und Bogen, ich glaube, das wird nix. Roost. Er hat einen guten Schutz, muss man sagen, ne? Oh ja, es könnte sein, dass er den sogar schafft. Lighty wounded. Und jetzt? Ich spiele in Pause, oder was? Boah, das brauche ich jetzt nicht, ne? Zack, weiter. Na, der hat noch einen auf der Mütze gekriegt, hier, der Oga. Oder, er ist ein Oga. Jetzt auch nicht, der ist schon wieder angehalten. Keine Ahnung, was er gerade mit dem gemacht hat. Rounded. Das kriegt er auf jeden Fall hin, würde ich sagen. Dauert, aber er kriegt das hin. Rounded. Jetzt nicht noch einen, ne, oder? Ah, jetzt geht's weiter. Severly. Ja, ich glaube, das ist jetzt gleich erledigt. Dann hat er den doch tatsächlich geschafft. Schade, dass da keine anderen Werte zu sehen sind, ne? Oder sind die hier irgendwo zu sehen? Doch, da, ja. Tausend. Und er hat? 900 von 1700, okay. Da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, dass das passiert. Das war jetzt richtig doof, oder? Einen Schlag und er war tot, oder wie sollen wir das nennen? Nee. Achso, da ist ja der Bergmann, hm? Ja, was machen wir jetzt, ne? Gute Frage, nächste Frage. Drei, sechs. Vierer hier. Vier, vier. Ja, ist halt so. Komm, hier, zack, neuer Job. Bergmann. Ist so. Jetzt läuft er da hin. Jetzt können wir mal gerade gucken. Ah, die sind ja schon weggelaufen, ne? Aber wahrscheinlich irgendwie solche Badger oder sowas. Das heißt, nicht der Rede wertbestimmt. Wie sieht's denn, unseren 1641 läuft, ne? Das ist mal unsere Wasserräder. Noch nicht fertig. Braucht noch was. 1741 sind wir schon. Ja, wenn wir noch die 19, ne? Dann sind wir durch. Und die Treppe nach der 19 ist schon... Oh, wer ist das? Ein Ghul ist da. Okay, das heißt, das hat geklappt. oder meine letter mein gucken wir das hinkriegen schauen wir mal da werden wieder knochen geholt irgendwo ist einer gestorben aha das war wahrscheinlich der nächste bergmann ja wird jetzt interessanter 3836 also was hier zack zack und zack ich will hoffen dass alle drei an der gleichen stelle gehen dann kriegen wir da auch mal was geregelt oder irgendwie muss den ja mal kaputt machen oder 460 nur noch kann ja nicht mehr lange dauern bis der ein auf die nase kriegt wer schön wenn held mal vorbeikommt fn 7370 das ist ordentlich ne das ist ordentlich da kommt schon jemand und mit fein und bogen geschlagen da hat es geklappt so jetzt sind unsere drei bergbau leute hier und machen was jeder ein stein und voran geht es oder wie sehe ich das naja und fertig dann geht es nach oben oder wie ne da wird noch ein bisschen weiter gebuddelt auch schön ok ja machen wir gerade hier weiter die hoffnung stirbt zuletzt dass da unten noch was ist der ist richtig gut hier oder die urig wo geht er jetzt hin wahrscheinlich nach oben ne oder könnte sein ja hier müsste man auch was durchmachen vielleicht oder so keine ahnung hier ging es hoch ne ja und wird auch wieder hochgegangen ja alles gut da ist noch da ist noch ja ich würde sagen die nächsten baumaßnahmen sehen wir dann hier in der nächsten folge gucken gerade noch einmal nach den wasserrädern ob da was passiert ist hier oben ne läuft noch keins dauert also noch sind wir also auch noch nicht so weit vielleicht klappt das in der nächsten folge dass wir hier sehen wie das wasser da mit drei rädern vielleicht läuft machen wir in der nächsten folge ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr ein abo habt oder wenn nicht dass ihr eins macht und wenn euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch freue ich mich drauf jeder kommentar ist willkommen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten folge macht noch die glocke an dann werdet immer informiert bis dann tschüss bis jetzt bis zum nächsten